hallo aua nicht gut wenn der jetzt noch trifft oh ja hier schilder daneben toll da hätten wir wenigstens mal die rüstung von dem weg machen können cool cool sehr gut der hat drei rüstung wir machen 6 bis moment ich kann jetzt hier nicht sehen wie viel schaden der insgesamt hat okay wir nehmen sicherheitshalber den heftigen schuss wer ist jetzt eigentlich noch in panik tot von oben das heißt wir können schon mal nachladen für die nächste runde das ist gut 80 prozent chance mit einem mit einer chance von 66 hätten wir den krit mal gemacht also der ist jetzt gerade prioritätsziel denn wenn wir den loswerden dann sind wir auch die schilder hier los so doof dass wir denn nie wieder los werden weil der ruf viel zu gut ausweichen kann offenbar okay erst einmal wie siehst du mit dem da unten aus eventuell okay das heißt wir werden jetzt erst einmal nicht umgang das ist schon mal gut tja hier kommen wir wieder nicht richtig hoch jetzt das ist auch doof so feuerschutz jetzt haben wir nicht mehr so viele leute hier mal sehen wenn wir bei uns hierhin bringen haben wir dann die erlaubnis zu schießen moment hier vielleicht leider nicht ok heute du wirst dann wohl mal wegrennen müssen distanz schutz bitte hallo dass da noch kein schuss auslöst wundert mich etwas aua oh gott das ist doch nicht ne ok das ist der neue daneben wunderbar ok eine markierung ist nicht das schlimmste was passieren kann aber verdammt wir müssen auf jeden fall jetzt langsam mal anfangen bisschen mehr zu heilen das ist nicht gut ok der ist weg trotz schutz das ist gut also trotz steht das ist eine etwas zu geringe chance flankieren wir von hier nehmen machen wir offenbar nicht dann versuchen was trotzdem so wir haben sogar getroffen bloß leider ist er immer noch nicht erledigt der ist doch erledigt ok sehr gut dann nachladen bitte 35 prozent chance nur so wir müssen uns erstmal um den mech hier vorne kümmern so einmal nachladen bitte und dann den hier kaputt schießen das ist nicht gut gar nicht gut ok den haben wir jetzt noch so und der hat keine rüstung mehr bam ok wir laufen hier hin hier brauchen wir jetzt gerade keine deckung es sei denn der da unten kommt nach oben das wäre dann sehr unschön das hier ist ein scharfschütze deswegen gehen wir jetzt mal auf feuerschutz so bones bringen wir hier hin und auch auf feuerschutz ich komme hier nicht wirklich zum heilen gerade das ist etwas ungünstig ja ok wir versuchen es einfach trotzdem so ja zumindest kriegen wir das haus kaputt immer mehr und da kommt die böse verstärkung diesmal dürfte game time auch wirklich schießen ok nur drei gegner alle ohne wirklich schwere rüstung hallo nochmal eins da und sehr gut und ok der läuft noch läuft immer noch und läuft nicht mehr bleibt noch einer und sehr gut die drei wurden direkt erledigt ok der rennt weiter weg sehr gut dann können wir jetzt endlich heilen noch mehr direkt hier das ist ungünstig ok erst einmal nachladen bitte 36 gut wir machen den sprengschutz schuss und versuchen dem die deckung weg zu nehmen und das hat schon mal geklappt und 71 prozent chance trotzdem daneben nicht gut ja toll da ist der will doch eventuell schon tot ok distanz schutz bitte all day geht einfach nur auf feuer schutz big money geht einfach nur auf feuer schutz ok du läufst hier nach hinten und lädst nach gut du kannst jetzt hier auch in die volle deckung gehen und von dort aus den feuerschutz machen feuer schutz danke was bist du denn du bist ein rekruten na gut geh mal hier hin noch können sie ja nicht angreifen das heißt das ist in ordnung und feuer schutz so bones bitte kremlin heilung nicht für game time nicht für wende für devil dog und zwar direkt zweimal nein nicht auf game time warum 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 ist game time vorgewählt wir hatten doch eben schon ich ging irgendwie davon aus dass direkt ausgewählt bleiben würde wer ausgewählt war so langsam müssen wir hier mal anfangen zu gewinnen ähm hallo und ich weiß nicht ob der ne ok der ist nicht erledigt der ist oh god mir wird schwindelig ok ok 2 leute wurden erledigt das heißt wir haben wirklich nur noch den mech hier was hat der elfe genau gemacht juhu weil sie nicht genug haben bisher ok game time muss mal nachladen da haben wir nicht wirklich viel wahl das tun feuer schutz warum können wir mit der pistole nicht feuern also weil er zu weit weg ist na gut dann gut erst einmal nachladen bitte ich weiß nicht warum sich der da nicht weg bewegt hat dass das passiert war nämlich abzusehen ok wir schicken ok wenn wir wende da hinschicken dann ist er direkt wieder flankiert das wollen wir nicht unbedingt all day mach hier bitte mal die rüstung weg danke danke sehr ähm big money würde ich da gerne auf feuerschutz erstmal lassen wenn das ginge und daneben das ist nicht schön und und was sagst du 65 prozent chancen nur und das trifft gut wo haben wir denn unseren rekruten da und okay erledigt ja in der beförderung gut du gehst also moment erstmal lädst du nach so das können wir gerade kostenlos machen und und Feuerschutz wende schicken wir einfach mal hier hin und ist es kaputt ich glaub ja ja sehr gut ziel zerstört ausgezeichnet mannes 1 5 chan wie ist der status was immer es war das störfeld scheint verschwunden zu sein antriebssteuerungssysteme gehen wieder online start sollte in 60 sekunden möglich sein sehr schön kommander start auf ihren befehlen möglich wir sollten den trupp an bord holen und dann verschwenden ja aber erstmal sorgen wir dafür dass unser rückzug einigermaßen sicher ist avengers starten nein bitte noch nicht ähm ja bones bringen wir naja erstmal hier hin da müssen wir gleich dann noch die position wieder wechseln aber ich denke da haben wir die bessere treffer chance ich glaube nämlich der baum würde sonst im sichtfeld stehen ok das sind wieder drei leute und wieder ist ein mächt dabei ok ok nochmal eins erledigt ok jetzt drehen sie ein bisschen äh jetzt drehen sie am rad das ist nicht schön ok äh wendel äh ja ok erstmal dahin da haben wir die volle Deckung immerhin auch wenn ich nicht weiß ob die auch gilt für die leute die jetzt gleich kommen ok ok wenn wir hier hingehen dürften wir den eigentlich ganz gut im sichtfeld haben allerdings gibt es da noch den das ist auch ein problem ok all day lädt erst einmal nach und die rüstung weg machen bitte sehr gut außerdem macht er keinen feuerschutz mehr das ist auch gut game time kann hier nur schutz machen jetzt erstmal die chance ist da ein bisschen zu gering hier ebenfalls ok wir lassen erstmal die Deckung da kaputt machen und du lädst mal bitte kurz nach heute zerstört bitte diese Deckung ach das ist nicht gut okay äh tja zehn prozent krit chance mhm die waffe macht ein bisschen zu wenig schaden wir brauchen mal eine neue Bones Übernahmeprotokoll? Fragezeichen und mal sehen was bekommen wir da jetzt das dürften ja weiterhin 60 sein und reicht hätte sogar für die feindkontrolle gereicht was sehr gut gewesen wäre weil wir dann dem äh Adventssoldaten dort in den Rücken hätten schießen können so und als nächstes machst du eine Gremlin Heilung allerdings diesmal für all day Moment wo ist der achso ne dürfen wir gar nicht mehr ähm oh oh da habe ich einen Fehler gemacht mal wieder äh das dürfte die Deckung auch nicht halbieren oder? ne macht nur ein bisschen Schaden und das war's das ist der ist das eine die die das ist Untertitelung des ZDF, 2020